Moin moin! Seid gegrüßt hier bei den Zocker Nudes und dem SVW! Herzlich willkommen! Der hier rechts sieht aus, als hätte eine Perücke auf, oder? Habt ihr überhaupt Lust auf diese Folge? Dann Daumen hoch! Ja, aber das machen wir nicht weiter! Wir warten jetzt! Ich glaub da kam gerade ein Daumen. Okay, los geht's! Das war unser eigener, der zählte ich. Wieder zurück! Okay, wir müssen leider an dieser Stelle abbrechen. Tschüss! Ja, wir wollen heute Leverkusen, da sehen wir Ballack auch schon... ...vernichten! Da Wolf, der schaut schon ganz böse, will alles wieder zerstören. Da war Death Hunter! Borowski, Baroi! Wessen die dunkle Schönheit hier gerade gewesen? Baroi! Nee, das ist hier der Jugendspieler, wie heißt der noch? Shimizu? Shimizu! Der hat hier auf Feld gelassen, oder? Ich mein... Hat hier auf Feld gelassen? Ich kann nicht so schnell... Oder war das Ekechi? Das ist doch Balloi! Ekechi war im Solari oder was? Ja! Markus ist auch immer im Solari oder was? Und dann waren die neue Röhren da und dann ist er ganz rot! Hey, sag mal... Warum wirst du denn so verbrannt im Gesicht? Irgendwann ist Solari und hatte neue Röhren! Was schon wieder? Letzte Woche hatten sie auch neue Röhren! Warte, lass uns kurz gucken! So, Bier! Ekechi! Aber... Balloi! Ich... Das war Balloi, der ist auch... Okay! Okay, dann... Shaka! Zaka, zaka! Ach! Schade! 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 Rene Adler! Packt aber ganz... Der ist auch schon ein älteres Semester, oder? Der Adler? Kann das sein? Ich hab das Gefühl, den kenn ich schon sehr lange! Auch du! Hör die Dinge! Ja! Mein halbes Leben kenn ich den! Super! Ganz toll! Oh! Super! Death Hunter! Reinhard Zwingenrocker! So! Rolfis! Rolfis! Ja, den kenn ich auch schon mein ganzes Leben! Da in der Mitte, in der Mitte! Man sieht es in der Mitte schon, aber man kommt dann mit den Spielern nicht rechtzeitig hin! Rolfis! Rolfis! 1-0! Ah, kein Problem! Friedrich! Ah, das ist nicht Arne! Nein, nein! Das ist M Friedrich! Kenn ich grad nicht ganz, aber... Malte! Pofalte! So! Ist auch ein Pofalte! Oh! Ich hab mich verdrückt! Alter Schwede! Das geht ja gut los! Und da ist die Stimmung auch gleich wieder im Keller! Die haben auch gar keine Lust den Ball anzunehmen! Machen wir ja auch nicht so als Pro! Ich hab keine Lust mehr! Geh's mir auf den Sack! Ich spiel' mich selbst ab! Ah! Konnte ich nicht rüber spielen! Schade! Eigentlich hat er den Sinn schon drin gelegt! Ja, das... Er hat leider... Der 3D-Blick, ne? Ja, er ist an den Torwart abgetropft, glaub' ich! Das sieht man jetzt, was er noch niemals hat! Warte! Ja! An der Seite sogar dann vorbei! Okay! Dann spiel' ihn mal schön rein! Doch, Ikechi ist es! Die braucht auch ne Schönheit da! Ja, gut! Und halber hat ihn! Ja, schade! War eigentlich ne ganz gute Position! Ja! Wenn da nicht noch ein Bein dazwischen gekommen wäre! Oh! Sidney Sam! Sidney Sam! Wiese! Was macht Wiese da? Wiese schickt ihn erstmal ganz weit! Richtig weit! Ja! Direkter Torschuss jetzt! Da war noch nicht drin! Hast du's gleich? Ah! Ich hab' gar nicht gecheckt, wo du hinpassen wolltest! Okay! Okay! Ah! Wenn wir da irgendein Schuss grätschen lassen! Nee, ich versteh' das auch nicht! Ich drück' ja nicht grätschen! Öh! Oh! Oh! Doch... Nooof! Noi Louch! Noi Louch! Jumpdart bei den Schuss bei Neuenhofs! Q. Leun ist ja gesperrt! Ja, das ist ein Newszieger, der noch mitgebringen müssen, äh... Das ist all the News! So, hause in den Prügel, oh! Ouh! Der war noch gesperrt! Klar, Naldo is' gesperrt! Verletzt! Achille-Seligerinnen im Training! Das eben wurde gesperrt! War er wechselt gesperrt? Ich hatte gelesen, dass er verletzt war. Nee, verletzt war nur Dings. Super, Brügel. Arnautovic ist verletzt. Für zwei Wochen. Das heißt, wir haben gar keine richtig gute Sturz. Doch, wir haben doch Death Hunter. Sorry, so. Nein. Nein. Du bist ja unser Leistungsträger hier. Hat eigentlich doch schon ein paar Tore. Gleich im ersten Spiel. Du brauchst dich auch gar nicht hier aufregen, dass du immer in der Defensive spielen musst, mein Freund. Es gibt noch schlimmere Situationen, wo du spielen kannst. Könntest. Schade. Naja. Du bist halt auch wie ich eben gerade direkt auf ihn zugelaufen. Ups. Da war ich gerade nach oben gelaufen, deswegen. Katastrophe, Katastrophe. Wir können dich natürlich auch ins Tor setzen, mein Freund. Ja. Und dann steht mal Wiese vorne. Zeig dir mal, wie man das macht. Macht Wiese die Dinge. Genau. Wiese. Gleich wieder hier. Ja. Wir müssen mal Doppelpass spielen. Aber der Ball kam erst gar nicht an. Und dann war ich da plötzlich schon in der Doppelbedrängnis. Gar nicht an, nee. Gleich. One touch football. One touch. Ah, zu weit. Ey, wir sind mal irgendwie verarschen hier, oder was? Rosi hilft hinten mit aus. Sopia. Sidney Sam. Sidney Sam. Ich kann doch nicht. Super. Wie hat er das Ding denn gemacht? Das war hier mit Superman-Faust. Oh, zwei hier rein. Wolf gegen zwei, ey. Der spielt für zwei. Ecke. Noch 0 zu 0. Ei, 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 ei. Aber 37. Minute, sieben Sekunden. Leverkusen ist am Drücker. Leverkusen ist am Drücker hier. Boah, jetzt halten wir da weg, ey. Da macht er das lang. Ah, abgeprannt. Ecke, ecke, ecke. Das war keine optimale Position für Death Hunter da. Aber der Spieler ist nicht in der geguckt. Das finde ich mal schön. So muss das laufen. Man wird nicht sofort eingeholt oder gleich den Ball abgenommen. Man kann einfach schön laufen. Das finde ich gut. Okay. Das war Einsatz mit X. Da ist er durch. Schön. Alles fair, sagt der Schiedsrichter. Das war ein ganz normaler X-Pass. Das war das Problem. Mach doch mal Dreieck. Nicht an den. Kann. Ah. Da habe ich vorher gedrückt, aber den hat er nicht mehr machen können. Mann. Unser. Unser. unser die Pläne das schon ein die ich dachte ich wollte mich schon richtig freuen ich bin fast richtig angegangen wunderschönen 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 schnallt er richtig rein und dann wenn es wie so eine Ecke geben wird wo bleibt er denn wo bleibt er denn wunderschönen ich will doch mal sehen ach egal kommt so sehen wir am Ende nochmal ja war schon eine dicke Show das hätte ja auch schon ein schönes 1-0 geben können Skanda oh 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 super so da habe ich ja zum Beispiel wie sie rausgeholt weil ich denke da dem muss er einfach ablaufen aber war ein super Tackling davon schön keine Chance zu reagieren mit gleich abgegrägt gib ab sonst gib ab ich kann ich du hättest einmal nach hinten passen können eben bist nämlich noch zu weit gelaufen aus so einer bedrängende Situation da kann man irgendwie nicht gewinnen ja so natürlich das war ganz frei jetzt bin ich nur vor zwei Reden ich hätte vorher überschreiten oder so Nei Ganz frei, Desshunter, über einen halben Meter, ne da, Desshunter stand unten ganz frei. Achso, ja da hab ich aber nicht... Aber dann wurde er gedommelt wieder. Hier, wie hättet den denn angenommen? Zurück zum Absender. Schade. Ah, den hab ich nicht gesehen, shit. Oh, unser Einwurf. Zubi. Du bist... Unser Einwurf. Da muss aber was gehen jetzt hier. Ach, das gibt's doch nicht. An jeden Ball kommen sie ran. Wir müssen da... Und an jeden Ball kommen wir uns gegenseitig hin. Ja, das war ja schon nicht verkehrt. Nur irgendwie schräg, zu schräg. Schön. Balloi hat da schön, äh, einen auf Ärgernis gemacht. Ja! Super! Ja, nein! Weltenklasse! Spitze! Wenn du S sagen willst, denk an Spitze! Spitze! Mann, Mann, Mann! Da geht aber auch ein Frustflöten jetzt hier. Da muss er schon wieder bremsen und dann... Zack! Einmal quer gesetzt und wir runter und dann auf die linke Ecke. Super! Was ist jetzt mein Tor? Nee! Zack! Und wer auch noch umgegrätscht hat! Schau mal was! Schau mal was! Die Vierer-Grätsche! Alle zusammenzahlen! Ja! Da gehen sie endlich in Führung! Verdient! Verdient! Der Knipfer! Darmbo macht schon gut Torbe! Jetzt haben wir die Kuh, sind ja da getroffen, Roswith. Oh! Das war, Gretchen, zu früh. Rettung in allerletzten... Früher oder später? Rosi krieg ihn! Rosi krieg ihn! Und ich lauf unten mit! Aber du musst erst reinziehen! Das ist alle Zeit der Welt! Yes! Sehr gut! Da war auch wirklich Zeit ohne Ende, der war sehr gut abgefangen. Wo war die Abwehr? Die war ganz weit nach vorne. Ich war überrascht, das war ja ein Pass nach vorne und der war einfach abgefangen. Warte, ich hatte eben gerade noch Angst, dass der noch daneben geht, weil er zu weit kam eben, der Pass. Ja, das war richtig schön. Kommt da? Keine Chance für den Mittelsmann, obwohl er... War schwer zu sagen. Hat er auf jeden Fall Zeit gehabt. Vorher rein zu gehen, er ist zu unserem Mann gelaufen, statt nach vorne. Das ist nicht schwer in so einer Situation. Aber wenn er weiter nach vorne gelaufen wäre, dann hätte er hinter ihm gespielt worden. Kann man schwer sagen, irgendwie. So, jetzt wollen sie das Ding. Ja, so schnell kann das gehen, wenn du spiele erstmal... Aber Sam, der, der, der wissen wir, der ist gefährlich. Abgegrillt. Aber das Gute ist, auf derselben Seite wie Baloi, das heißt... Nee, Sockbier. Und der ist ja eigentlich ein ganz Flinker. Da weint Dambu ein bisschen. Dambu hat ja schon Pipi-Idee auch. Dambu zerbt mir jetzt erstmal auch so... Oh! Das macht ein Dambu, oder? Ja, guck mal, Dambu arbeitet auch in der Defensive und wir sehen, was das bringt. Ja, Entschuldigung. Das war eindeutig meiner. Ach! Ich habe auf unten spekuliert. Nervös spielen sie die beiden aus. Sehr schön. Also, wir halten jetzt mal unseren Kasten ein bisschen sauber. Das ist doch schön. Nervös spielt zwar nicht zu Ende, aber... Oh, ich hätte gerechnet, dass du reingehst. Aber da ist er! Da wurde deshalb der gerade übermannet. Passo, alles gut. Und Rosi! Schön. Schade. Und auf dem eigenen Mann sind wir noch... Oh! Wolltest du flanken und dann hat der Gerät schon rausgeholt? Ich wollte schon die Flanke drücken, ja. Manchmal läuft er dann noch ein bisschen schneller. Wir müssen bald mal wieder ein paar Spiele wechseln. Die können nicht durchgehend... ganze Spiele durchspielen. Also, klar, können sie... Sollten sie. Sind Profis, aber... Hätte, wäre, wenn, was... Weiß ich auch nicht. Aus, 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 aus. R2, R2! Ich krieg's nicht gebacken. Die laufen immer weiter. So, hier, schauen wir uns mal die Aufstellung an. Ja, guck. Wir geben mal Darmbo ne Auszeit. Er ist auch ganz dicht. Er ist nicht mehr ganz dicht hier. Kommt mal Rhin rein. Jo, mach mal. Dann haben wir noch... Schön spiel, schön spiel. Wollen wir mal Pizarro reinbringen für Rosenberg? Das könnten wir machen, ja. Pizarro ist zwar ein bisschen schlecht drauf, aber... Auch mal. So. Wer war noch nicht... Wir könnten mal überlegen... Vielleicht... Barkfrede? Barkfrede mal. Vielleicht für... Ekki-Chi. Ekki-Chi, vielleicht, ne? Ja. Und damit ist der Dribbelwechsel... Komm. Genau. Wenn jetzt also einer kaputt gemacht wird, haben wir nichts davon. Also dann schmieren wir mit Unterzahl. Ups. Da. Pizarro. Erster Ballkontakt. Den kann er... Uh. Den haben sie immer noch gerettet. Ach. Den nicht. Aber für uns. Wolf guckt ein bisschen... Der Junge mal. Der Junge mal. Okay. Kannst du rein rein? Warte mal. Wunden. Ach. Den Sogby stand da schon ganz gut. Adler war nur einen Tick höher. Sogby ist halt ein kleiner, ne? Jürgensen. Schön. Daddy-Jock war am Abseits. Ja. Ja. Hierin Daddy-Jock. Ich denke, den hätte Wiese gehabt. Weit vorgelegt und genau im richtigen Moment. Habe ich ihn wieder rausgeholt. Mhm. Das ist halt immer so drinnen. Da auf Brühl. Schade. Schade. Er hätte mal schön abziehen können, ne? Nur ein paar Minuten. Vielleicht geht auch noch was. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, unser... Wir wollen auf jeden Fall versuchen, unser Kasten sauber zu halten. Das ist das Wichtigste. Super, super, super. Zurück, 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 zurück. Balläufer schanz dich da am Tor. Ja. Supi. Und jetzt. Rolfes passt rein. Flanke. Schön gerettet. Super Wiese. Krasse. Da hält er das Tor sauber. Dafür müsste er eigentlich eine extra Prämie geben. Alter Schwede. Super. Also. Schön. Spitzenklasse. Echt. Aber das Ding ist noch nicht durch hier. Ja. In der Mitte. Nein. Oh, Backfriede. Wundervoll. Wundervoll. Da ist der Apfel. 1 zu 0. 2. 2 zu 0. Ja, 1 zu 0. Achso, ich dachte, 1 zu 0. Das zweite hintereinander. Das sind jetzt 5 Plus Tote. Yes. So, dann wollen wir uns nochmal die Höhepunkte ansehen. Richtig gut. Aber was für eine Tat von Wiese da noch zum Schluss. Den habe ich eigentlich schon drin gesehen. Da. Death Hunter. Gute Aktion eigentlich. Boah, der war ganz knapp, ne? Ja. Aktion von Leverkusen. Wiese mit seiner Faust rausgekommen. Schönes Ding. Mit einer Faust. Sieht auch aus, ne? Ja. Und. Boah. Da, da legt er sich nochmal kurz hin, aber und die Verteilung hat auch sehr gut aufgepasst. Alles gegeben, so Rosenberg auf Otaldo, Spielereien, das Tor haben wir ja auch schon gesehen und, er hat richtig stark durchgedrückt, ne? Da, Death Hunter. Oh, schon wieder, die, mehr Chancen gab es nicht? Schade, ich hätte gedacht, ich zeige dir nochmal die dicke Chance von Leverkusen. Ja. Schade. Ok, wir gewinnen 2-0, genau wie Kaiserslauthe gegen Wolfsburg, 2-0, Dortmund gewinnt 2-0 gegen Gladbach, 2-2 Freiburg gegen Hoffenheim, das ist der zweite Tag irgendwie heute. Außer jetzt Hamburg 1-0 gegen Mainz, Köln 0-1 gegen Nürnberg, 2-1 für Stuttgart gegen Hertha, und Bayern gewinnt 2-3, beziehungsweise Augsburg gegen Bayern 2-3 so. Bayern gewinnt also 3-2. Das heißt weiterhin neun Punkte Abstand auf Bayern, ne, acht Punkte, sieben, sieben Punkte, Entschuldigung, ich kann schon nicht mehr rechnen, sieben Punkte Abstand auf Bayern. Schalke immer noch mit einem Punkt hinter uns, also die belauern uns durchgehend. Aber auch Stuttgart, ne? Ja. Und ich schaue gerade mal, wir sind gar nicht so verkehrt. Wir haben unser Tor ähnlich sauber gehalten wie Bayern, wie Schalke und auch wie Hannover. Wir schießen noch nicht so viele dann, ne? Genau, wir haben 45 Tore geschossen, 33 reingelassen. Bayern hat 31 reingelassen, also im Prinzip sind wir nicht viel schlechter. Aber dafür haben die natürlich dann aber auch, alter Schwede, 67 Tore. Also du hast ja keine Ahnung vom Fußball, das ist ja ganz normal in so einer normalen Liga. Die schießen mal in jedem Spiel 30 Tore. So, das gab wieder Kniede. Und das nächste Spiel weißt du, was es ist, ne? Bayern München. Ich freue mich schon drauf. Revanche! Wollen sie den Fans heute singen? Zockerdude, Zockerdude. Wolf möchte reden. Er ist echt erfreut, dass er wieder spielen durfte. Oder er läuft auf den letzten Zahnfleisch. Yeah! Okay, für letzte Spieler. Vielleicht, das ist vielleicht ja auch mal was. Was denkt ihr, wär ein cooler Ferngesang oder ein cooler Spruch? Also, oi 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 zockerdude. Also, das wär mal ganz cool. Entweder so ein Spruch, schreibt das doch mal in den Kommentaren. Soll man eine eigene Chart einsingen? Oder vielleicht eine Videoantwort oder so. Wo Fans irgendwelche Chöre singen, wo man halt das individuelle einführen kann, ne? Weißt du? Ja. Das wär mal ganz cool. Sagt uns doch mal, was ihr dazu denkt. Was wär ein cooler Ferngesang für die Zockerdudes? Würde mich mal interessieren. Da anbord die meiste Tor. Da können wir auch gleich nochmal reinschauen wieder. In die Torjägerkanone. Vorlagen. Erste, zweite Liga. Das haben wir ja schon wieder nicht gemacht. Ein paar Spiele, glaub ich. Wo? Erstmal hier. Fan und Teamstärke. Jo, wissen wir. Und Bayern München. Worauf müssen wir uns konzentrieren? Sie spielen das übliche 4-2-3-1. Ähm. Sie entscheiden sich für Ballbesitz. Sind auf Platz 1 in der Bundesliga. Wissen wir. Sie halten den Ball möglichst weit vorne. Genau wie vorhin bei Leverkusen. Olic. Olic. Mensch. Hier ist es Olic. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Dass der hier als der wichtigste Spieler markiert wird. Sonst hätte ich eher gedacht, dass hier Robben oder vielleicht auch Müller oder Gomes oder sowas. Auch sehr cool. Der kann in Nullkomman nichts jedes Spiel drehen. Ja. Sieht ja im Moment nicht ganz so gut aus um ihn. Ne. Aber die haben 3-1 gewonnen gegen Via Real. Das war schon nicht schlecht. Da fällt mir ein, wie spielt eigentlich gerade Dortmund? Ach egal. Können wir gleich noch gucken. Ähm. Wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren. Ja. Und ihre Schwächen. Mehr hab ich nicht zu sagen. Witzig. Okay. Ähm. Dann war es das für diese Folge. Und wie immer, ich freue mich über Kommentare genau wie der Darmbo und auch über den grünen Daumen. Genau. Wir müssen mal ein bisschen betteln jetzt langsam. Ja. Wir müssen mal hier ein bisschen abogeil werden und geldgeil und ein bisschen betteln eben. Das ist das, was... Nicht betteln wie... Kämpfen nicht. Ne, ne. Wir meinen schon wie die Penner auf der Straße so ein bisschen. Heckenpenner sind wir ja auch eigentlich. Genau. Heckenpenner. Ja. Ja. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir den Bayern drei Punkte abluchsen können. Ja. Auf jeden Fall. Moritz Gaudi wird das. Alles klar. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure... Tschüss. 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 Tschüss.